Mein Name ist Benjamin Küsters. Ich bin Geschäftsführer der Gartenhof Küsters GmbH. Wir sind ein Landschaftsbauunternehmen im Neusser Süden und unser Schwerpunkt liegt im Bereich gewerbliche Projekte, aber auch private Projekte. Für uns als Landschaftsgärtner ist das Thema Biodiversität enorm wichtig. Allein schon, weil das ja unser Beruf ein Stück weit definiert und das haben wir uns natürlich dann auf die Fahne geschrieben. Wir setzen auf unserem Betriebssystem deswegen einige Maßnahmen um. Zum Beispiel haben wir Trockenmauern, aber natürlich auch Dachbegrünungen, Regenversickerungen. Wir haben einen Biotop, wir haben einen naturnahen Teich und insofern geben wir uns große Mühe auch einen guten CO2-Fußabdruck zu haben. Wir haben beispielsweise einen Schwerpunkt gesetzt im Bereich naturnah, amphibienfreundlich hier bei uns und dazu gehören einfach zum Beispiel, dass man Amphibienmauerritzen bietet. Das haben wir durch Trockenmauersysteme, die auch ein bisschen bewachsen sind, gelöst. Wir haben uns natürlich für ein naturnahes Gewässer entschieden, für einen Teich hier bei unserem Grundstück, weil es einfach sehr viele Dinge verknüpft. Es verknüpft auf der einen Seite die Möglichkeit, Reptilien ein Zuhause zu geben, sie haben auf der anderen Seite die Möglichkeit, wie wir es machen, das ganze Regenwasser einzuspeisen. Das Regenwasser wird gereinigt, gefiltert durch die Wasserpflanzen zum Beispiel und es ist natürlich auch ein echter Hingucker durch den Jahreswechsel. Man hat halt zu jeder Jahreszeit immer was zu schauen. Andere Unternehmen, die darüber nachdenken, dass sie auch nachhaltig werden wollen, die können einfach mal überlegen, was passt zu uns, was passt zu unserer Identität und was gibt das Grundstück, was gibt das Gebäude her. Und es kann sein, dass das ähnlich ist wie bei uns, dass es halt mit Naturmauern und einem Naturteich ist. Es muss nicht immer dasselbe sein. Das lebt eben auch von der Vielseitigkeit.